hallo zum neuen video heute geht es mal wieder um equipment und zwar für meine lieblings action kamera die dji osmo kamera genauer gesagt geht es um eine kopfhalterung um diese hier für oder besser gesagt auch für die osmo aber nicht nur die halterung an sich ist von der konkurrenz dji hat ja leider keine so eine halterung was ja an sich nicht schlimmes ist meine hier ist von der firma gopro passt ja auch an die dji osmo action wie ihr seht was ja aber eigentlich auch hinreichend bekannt ist wer die kamera kennt und wer damit auch arbeitet der einsatzzweck ist sehr verschieden aber auch sehr sinnvoll der größte vorteil daran ist dass man beide hände frei hat und es einen doch in höchstem maße flexibilität dann gibt in sein auto und auch indoor aktivität aktivitäten man kann damit wirklich gut tauchen schwimmen rutschen und auf fahrrad fahren wobei zum fahrradfahren habe ich euch in einem anderen video hatte ich euch schon mal eine sehr gute halterung zum fahrradfahren vorgestellt zum klettern eignet sie sich auch hervorragend und noch vieles und noch wahnsinnig vieles mehr also die liste ist schier unendlich wozu man diese halterung alles gebrauchen kann die halterung ist sehr elastisch und das band fällt auch etwas breiter aus aber dadurch hat es ein sehr angenehm tragekomfort ich glaube wenn es so ein dünneres band wäre würde man schnell so so streifen am am kopf bekommen und durch langes tragen wäre es dann auch sehr unangenehm und unbequem in der zeit ich glaube so ein dünnes band würde sich auch so langsam dann die haut so rein rein schneiden so leicht das passiert mit die mit so dicken band nicht innen im band ist auch so eine art gummi und dadurch ist das ganze absolut rutschfest und bleibt in der position die man eingestellt hat auch wenn man schwitzen sollte oder auch wenn es nass ist und da kommt der gummi dann doch noch viel besser zur geltung weil er doch dann sehr gut an der haut haftet von der größe her ist er verstellbar hat man hier an der seite kann man das groß und klein machen und hier auch also den umfang von oben auf dem kopf kann verstellen und auch seitlich meine tochter ist neun jahre dementsprechend hat sie auch die kopfgröße als ein sehr klein kopf und trotzdem kann sie kann sie diese halterung tragen genauso wie ich mit meinen großen melone oberhalb des halses selbst jemand mit noch größerem kopfumfang als ich und ich habe schon eine riesenbirne kann sie wirklich problemlos tragen auch wenn es auf der größten größe eingestellt ist und der gummi dadurch etwas mehr unter spannung steht selbst da für die verliert es nichts von seiner bequemlichkeit also absolut nicht überhaupt nicht vorne wo die kamera aufgeschnallt ist also hier vorne an dem hier hat es natürlich hinten auch so einen kleinen gummi bezug so dass es auch da nicht verrutscht und die halterung an sich ist auch ein bisschen so ein kleines bisschen so abgerundet so dass es da vorne auf der stirn ist es dann noch besser und angenehmer zu tragen es passt sich dann auch viel besser in die kopfform dann ein hinten hat es auch noch mal so eine so eine halterung also vorne ist die hier und hinten als von ist hier und dann haben wir hinten noch mal so eine halterung die hier hinten in der mitte sitzt die auch aus hart plastik ist und hat in der mitte hier so eine so eine kleine kunststoff gummiplatte ist da aufgeklebt so dass auch da nichts verrutscht und der tragekomfort nicht verloren geht also es rutscht vorne nicht hoch und runter und hinten rutscht es auch nicht hoch und runter oder so zur seite wenn man so die kopfdäne so schnell bewegt es bleibt wirklich alles exakt in position die man eingestellt hat und die die gummi beschichtung hält es dann auch zusätzlich fest das bedeutet egal wie man die größe einstellt sie bleibt exakt da und sie löst sich nicht man erlebt also keine böse überraschung wenn man gerade am zum beispiel motorrad fahren ist oder oder am wasserskifahren ist und das ding plötzlich sich löst und so ins und dann so so ins gesicht runter rutscht ich denke das wäre ein albtraum szenario und da könnten ja auch 1000 unfälle dann passieren wenn es dann direkt so vor den augen ist und man sieht nichts mehr das passiert mit der halterung nicht das ich muss sagen das waren auch damals so meine hauptgedanken vor der kaufentscheidung so die typischen fragen sitzt es passt es ist es bequem ist es rutschfest wurde alles positiv beantwortet ich muss ehrlich sagen dass ich den ding mittlerweile wirklich vertraue ist halt gopro qualität durch und durch ich bin zwar ein osmo action fanboy aber was equipment angeht ist man mit gopro denke ich immer sehr gut bedient im großen und ganzen aber ich will jetzt auch kein werbevideo für gopro equipment machen ich bin mir hundertprozentig sicher es gibt auch es gibt andere firmen auch die solche kurde herstellen die genauso gut sind denn letzten endes kann es kann ja sein dass gopro zuerst so eine halterung rausgebracht hat aber es gibt ja viele nachbildungen und alles und die sind ja genauso aufgebaut wie diese gopro halterung und ich habe gesehen die haben auch alle die gummi rippen hier drin im innenband auch jedes plastik ist leicht abgerundet hinten ist auch die gummiplatte drauf dass nichts verrutscht also man muss nicht unbedingt eine gopro halterung kaufen um die sachen zu haben die ich hier in dem video alles erwähne ich denke im großen und ganzen das video ist so eine allgemeine vorstellung für jede halterung weil fast doch alle ziemlich gleich sind die kamera ist befestigt durch das bekannte system wie es an allen action kameras eigentlich gleich ist so das zahnsystem hier das runde einfach dran schrauben und los geht es die feststellschraube ist etwas größer so dass man in der lage ist sie etwas fester zu zuschrauben zu können und so ist gewährleistet dass die kamera bombenfest sitzt und in der eingestellten position auch bleibt also die kriege da nicht von alleine so langsam aber sicher rutscht sie dann so nach vorne oder nach hinten nein das tut sie nicht sie hält wirklich perfekt man sollte eventuell darauf achten dass die kamera wenn man sie auf hat dass die kamera etwas als wenn ich es so trage dass die kamera etwas schräg so nach unten unten zeigt denn wenn ihr die kamera genau ausrichtet auf geradeaus weil er ja so dann so dann da steht und ihr sagt dann ja auch ich gucke ja auch geradeaus das solltet ihr nicht machen denn bei den aufnahmen wenn ihr nur den kopf etwas leicht etwas leicht nach oben macht und jetzt gerade eingestellt habt dann geht die kamera direkt nach oben so ein bisschen und dann habt ihr wirklich nur noch himmel deswegen muss die kamera immer etwas schräg nach unten eingestellt sein ist ganz wichtig sonst macht ihr umsonst aufnahmen es sei denn ihr wollt nur luftaufnahmen und schöne wolkenaufnahmen haben dann macht es so als kleiner tipp vielleicht noch dazu da die kamera auf dem kopf sitzt sie sehe ich das bild natürlich nicht und habe dann dementsprechend auch keine kontrolle über das bild bei der aufnahme und da ich persönlich der osmo was also und schatter angeht nicht vollständig vertraue was ich auch in dem vorangegangenen video auch ausführlich erklärt habt so osmo warum und weshalb mache ich da immer alles auf manuellen modus also wenn ich sie hier oben trage habe ich sie nie im automatik modus weil wenn man motorrad fährt man hat ja nicht die halterung dann so auf dem kopf und in der einen hand hat man ja nicht das handy um zu ganz die ganze zeit sehen wie das bild gerade aussieht und mit der anderen hand fährt man da das macht man ja nicht deswegen hat man die haltung dass man beide hände frei hat und so sehe ich halt nicht die aufnahme deswegen so als kleiner tipp meine einstellungen sind immer tagsüber also 100 shutter 1 zu 50 bei 30 oder 25 fps wenn ihr diese einstellung habt da kann eigentlich gar nichts schief gehen und die aufnahmen werden normalerweise wirklich gut und wenn wirklich richtig viel sonne ist macht dann noch in dem entsprechenden nd filter dann mit drauf auf die kamera da auch als kleiner tipp so morgen die morgenstunden nd 4 in den sub sub so von morgens übergang zum mittag macht nd 8 mittags nd 16 nachmittags nd 32 so ganz grob mal so ganz grob mit den filtern mal gesagt so so viel dazu das war es dann wieder ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch vielleicht das band ein bisschen näher bringen oder euch zumindest mal erklären um was es hier genau sich handelt im nächsten video zu osmo action equipment befassen wir uns mit was ganz ganz cool nämlich den dome port für diese kamera was ist ein dome port dome port ist so ein halb abgerundetes plastik ding hinten hängt die kamera dran und so kann man aufnahmen machen zur hälfte unter wasser und so und die andere hälfte ist dann über wasser aber dazu kommen wir dann im nächsten video ich muss mit dem dome port noch ein bisschen arbeiten damit ich mir auch wirklich eine meinung darüber bilden kann und nicht dass dann euch im nächsten video dann ausführlich erklären werde hoffe dann bis zum nächsten mal like und abo bitte nicht vergessen bei gefallen natürlich in dem sinne euer costa passt auf euch auf und natürlich bleibt gesund bis zum nächsten mal tschüss tschüss